Ein Gradierwerk ist eine Anlage zur Salzgewinnung. Sie besteht aus einem Holzgerüst, das mit Reisigbündeln verfüllt ist. Das Verb gradieren bedeutet einen Stoff in einem Medium konzentrieren. Im Falle eines Gradierwerks wird der Salzgehalt im Wasser erhöht, indem Sohle durch das Reisig hindurchgeleitet wird. Wobei auf natürliche Weise Wasser verdunstet. Außerdem lagern sich Verunreinigungen der Sohle an den Dornen ab. Dadurch wird die Qualität des erzeugten Salzes erhöht. Viele Gradierwerke sind Teil eines Salzwerks, das aus einem Gradierwerk und einer Saline besteht. Häufig werden Gradierwerke falsch als Salin bezeichnet. Gelegentlich werden auch Reisiginstallationen in Schwimmbädern Gradierwerk genannt, die wie Gradierwerke funktionieren. Aber deutlich kleiner als Anlagen sind, die sich in Kurparks befinden, Gradierungsverfahren. Vom 16. zum 17. Jahrhundert hatte sich als technische Innovation die Dorngradierung durchgesetzt. Die Essalinen, deren Sohlequellen einen geringen Salzgehalt aufwiesen, ermöglichte, eine konzentrierte Sohle zu versieden. Die Sohle rieselte durch meterhohe Wände von Dornengestrüpp aus den Zweigen des Schwarzdorns und wurde von Wind und Sonne konzentriert. Gleichzeitig setzen sich Verunreinigungen der Sohle im Reisig ab und bilden den graubraunen Dornstein. Dieses technische Verfahren hatte die zuvor genutzte Strohgradierung vollkommen aus den Gradierhäusern verdrängt. Das erste Strohgradierwerk war im 16. Jahrhundert als technikgeschichtliche Innovation in Bad Kissingen errichtet worden. Da sie das Schnellfaulende und die Sohle verunreinigende Stroh überflüssig machte und sogar zur Reinigung der Sohle beitrug, die hohen Holzgerüste der Dorngradierungen, die Pumpen und die immer größer werdenden Siedeeinrichtungen erforderten allerdings einen hohen Kapitalaufwand mit der Folge, dass im Zuge der aufkommenden merkantilistisch-kameralistischen Wirtschaftspolitik in vielen Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zunehmend staatliche Monopolsalinen gegründet wurden. Auf Friedrichsborn in Unna wurde im 18. Jahrhundert als technische Neuerung eine sogenannte Windkunst eingeführt. Die Anlage diente als Antrieb zur Wasserhebung auf das Gradierwerk Friedrichsbau. In Bad Rotenfelde ist seit 2007 wieder eine Coca-Windmühle zu sehen, die auf dem neuen Gradierwerk steht, ihr Vorgänger diente. Wie die Mühle in Friedrichsborn dazu, Wasser auf ein Gradierwerk zu befördern. Bei den ersten Dampfkraftwerken dienten Gradierwerke der Abfuhr der überschüssigen Prozesswärme aus dem Kondensator. Später übernahmen effizientere Kühltürme diese Aufgabe. Die am höchsten konzentrierte Sohle wurde mit 27% Salzgehalt im thüringischen Badsalzungen gewonnen. Die insgesamt acht Bad Kreuznacher Gradierwerke haben zusammen eine Länge von rund 1100 Meter und werden heute im Rahmen des Gesundheitstourismus genutzt. Da die Sohle hier keinen Gips enthält, mussten die Dornwände nicht so häufig erneuert werden. 3. Ablagerungen von Sinter einer schlammähnlichen rötlich-braunen Verbindung von Sohle und Sauerstoff Kann die Standfestigkeit der Gradierbauten mit der Zeit gefährden Heutige Nutzung der Gradierwerke Gradierwerke werden in Deutschland heute oft zu Kurzwecken betrieben und sind deshalb besonders häufig in Kurorten vorzufinden. Durch die herabrieselnde Sohle wird die Luft in der Nähe des Gradierwerks mit Sohletröpfchen und Salzaerosol angereichert. Die Wassertröpfchen binden Partikel in der Luft. Dies wirkt sich ähnlich wie bei Seeluft beispielsweise bei Pollenallergikern und Asthmatikern und anderen positiv aus. Durch das Einatmen salzhaltiger Luft werden die Atemwege befeuchtet und die Wandungen der Atemorgane positiv beeinflusst. Des Weiteren besitzen die feinen Salzkristalle eine sekretlösende Wirkung. Reinigen die Atemwege intensiv von Bakterien und lassen die Schleimhäute abschwellen. Viele Ärzte und Heilpraktiker empfehlen aus diesen Gründen einen längeren Aufenthalt an der See oder in Kurorten, welche sich den Effekt der Gradierwerke zu nutzen gemacht haben. In vielen Kurorten wurde darüber diskutiert, ob die Errichtung neuer Kleingradierwerke ihren Kureinrichtungen hinreichend viele neue Kurgäste zuführe und eine entsprechende Kosten-Nutzen-Rechnung positiv ausfalle. Ein derartiges Gradierwerk wurde unter dem Namen Sohle Arena im Rahmen der Landesgartenschau 2010 in Bad Essen errichtet. Miniatur-Gradierwerke können auch in geschlossenen Räumen aufgestellt werden, wo sie die Raumluft positiv beeinflussen. Derartige Gradierwerke gibt es zum Beispiel im Kurort Damp an der Ostsee in der Kis-Salis-Therme in Bad Kissingen sowie im schweizerischen Reinfelden. Neuerdings auch im Laguna in Asla bei Wetzlar. Gradierwerke dienen auch als Sehenswürdigkeiten der Orte, in denen sie aufgestellt sind. Von vornherein als Bauwerk das Erlebnisse im Umfeld der Kurparkanlage ermöglichen soll. Ist beispielsweise die Rekonstruktion des Gradierwerks in Bad Salz-Sufflin konzipiert worden. Die besondere optische Struktur der Reisigwende bietet Lichtkünstlern außergewöhnliche Möglichkeiten für ihre Kunstausübung. Hiervon hat erstmals die Gemeinde Bad Rotenfelde im Jahr 2007 Gebrauch gemacht, indem sie die Lichtkunst Biennale Lichtsicht ins Leben rief. Punkt, 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 Gradierwerke, Deutschland, Österreich, Wels, Polen, Zichuzinek, drei Gradierbauten mit einer Gesamtlänge von 1730 Meter, Tesni, II und III, Grugions, in Ofruklo, Konstangin, Jesiona, Heraldik. Im Wappen ist das technische Bauwerk selten. Als Wappenfigur wird die Darstellung stark vereinfacht in der Stirnansicht, seltener in Längsansicht ins Wappen gebracht. Die Seltenheit im Wappen hat noch keine besondere heritische Bearbeitung erfahren. Die Salzherstellung wird durch Salzhaken, Salzkristalle und Salzpfannen einfacher ins Wappen gebracht. Punkt, Punkt.